Aber kein Lean und kein Eight. Achso, wo man das auch reden soll. Also von uns hat auch niemand gesprochen. Vielleicht haben wir wieder Glück und treffen eine von diesen Steinschnecken. Die war ja Frau Guados Salam gewesen. So, guten Tag, die Herrschaften. Das ist irgendwie so ein bisschen überflüssig gerade. Puff. Wobei ich glaube, das Quattro Horn gegen Feuer nur halben Schaden bekommt. Aber es reicht trotzdem. Oh, zwei Chimären. Protochimäre im Overstool. Nummer eins down. Jemand, wie macht bei ihr nix. Probier mal die MP-Appoption. 56 mal hin. Steigen wir mal in Reflex der Gruppe. na 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 wie süß bei treffer was kommt da raus und das wäre cool Okay, jetzt sind wir gleiche. Ich geb' hier mal ne Potion, mehr kann die eh nicht machen. Raketenklaue vielleicht mal. Wasserring geklaut, okay. Und ja, alles klar. Wasserring ist ja eigentlich nur dafür da, äh... Fetz Waffen verhindert, wir machen einen Stopp, okay. Ähm... Wasserschaden. Ich finde das, was für Schaden... Hm... Geht so. Schleife wär cool. Sämtliche Zustandsveränderung. Oder zumindest sowas wie, äh... Gegen alle Zauber immun sein. Am besten doch ne So-Quirkung. So, dann sind wir in Guados Salam angekommen. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir hier den Aid finden, weil die Ronzos sind ja eigentlich eher kontra Guados Salam. Oh, Moment, wir können ja hier Informationen bekommen. Vielleicht hat er ja welche. Ich will nur die Infos haben. Mädels, hast du ein Glück? Ich hab hier eine brandneue und interessante Info. Die Info wird dir nicht viel bringen, aber es gibt andere, die sich dafür interessieren. Wenn du mir die Info abkaufst und die einen interessenten, teurer weiterverkaufst, hast du was davon. Wie wär's mit 10.000 Geld? Verlust machst du damit nicht, das kann ich dir versichern. Äh... Nein! Eine Info, vor allem sie bringt... Die Info bringt uns nichts. Das ist eigentlich nur für Geld machen gedacht. Könnte ich mir vorstellen. Das ist ja immer noch wie vorhin. Das Haus könnt ihr nicht rein. Was ist das Haus von Tobli gewesen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Obwohl, Toblis Haus war ja das hier vorne. Das wäre eine offene Kiste. So, mal hier reingucken. So, soll ich ruhig um? Wir können ja mal wieder ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel hier die Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Was weg ist, ist weg. Das brauche ich, ehrlich gesagt, auch nicht. Eisenreif. Silberring. MP plus 40. Kann auch weg eigentlich. Wasserring. Kräfteband. Eigentlich plus 20. Alles weg! Und dann hier Items. So habe ich nicht mehr so viel von High Posten. 125. Oh, wir haben nicht mal 99 als Maximum. Ach nee, Moment. Das ist das Kaufen jetzt gerade. Nee, oder? Ach nee, das ist der Preis, wie viel das bringt. Okay. Phoenixfedern 60. Guck mal, ob ich hier irgendwas loswerden muss gerade. Nicht wirklich, ne? Okay. So, und jetzt die Abissum. Abissumjungen komme ich immer noch nicht mehr, stelle der Typ vor. Nun gut. Dann, ja. Mehr können wir hier momentan nicht machen. Wir brauchen erst die Uniform. Ich save nochmal ganz kurz, bevor wir weiterziehen. Und dann geht's durch die Donnersteppe. Uh, was ist mit ihm da vorne? Wollte Drake im Overspool. Das ist ja doof. Okay. Wasser kostet 12, nicht 14. Das ist ja doof. Äh, nicht 8 meine ich. Ich dachte immer, die kosten nur 8. Und die großen, also die Garzauber dann dafür... Äh, 16. Äh, 16. Eingrücken Windows? Hält ganz schön viel aus, ne? Genauso wie ich es wollte. So. Sorry, wir müssen gewinnen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Was hat denn der gute Mann hier? Ich justiere die Riss-Ableiter doch. Es ist schwieriger, als es hier anhört. Okay. Der ist am Arbeiten. Dann stören wir ihn mal nicht weiter. Ich bleib mal hier am besten mit Wasser an. Oh nein! Der Feuer macht wenig Sinn. Ja, der macht nur Damage. Da hätte ich etwas aufpassen sollen. So. Turned on. Ich will noch mal kurz was trinken. Da hängt es noch jemand. Das ist doch Sid. Sid, was machst du mit dir? Altes Haus. Oh, ein Chocobo. Okay, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Chocobo ist dagegen. Alter, 810? Nein. Da hat das Chocobo drauf. Chocobo. Der ist mega stark. Ich muss vor allem diesen Gico Fred erst mal da aufschlösen. Und der ist noch im Overstool. Sag mal! Das ist das. So, der ist weg. So, und jetzt hier Items. Ähm. Dieser graue Chocobo. Okay, das ist zur Heilung gewesen. Den Chocobo gefangen. Wir haben den ersten Chocobo gefangen. Fehlt eine reiche Fallenstelle. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, okay. Cool. Der Chocobo hat mich aber ordentlich verprügelt. So, und warum ist... Warum wird Sid mit dem X gekennzeichnet? Ich bin bitte in der Donnersteppe. Äh. Komm schon, Uni. Let's go. Aber... Oh, lass ihn. Ich wundere, was falsch ist. Es ist Zanarkin. Kann ich noch mal zu ihm hin? So sieht's aus. Okay, man kann mit ihm nicht machen. Gut. Da haben wir mit dem X gekennzeichnet. Ich weiß nicht. Und schon mal weg. Schwarzmagie Level 3. Schön. Okay, das geht echt flott mit den Zaubersprüchen. Ja, und die nächste Stufe ist natürlich klar. Jetzt kommen ja nur noch die Gar-Zauber. Da sind wir mit dem Schwarzmagier sogar schon durch. Voll gar. Eisgar, Blitzgar und Wasgar. Ein paar Trugen können wir noch mitnehmen. Oh, ein Küsschen. Nein. Oh, jetzt gieße ich das Küsschen. Das ist nicht so gut. Oh, macht sogar Damage. Hätte ich nicht gedacht. Gott, ah, nicht den hier. Ja. Ja. So. Küsschen weg. Küsschen dunkel. Yay, drei Potions. Da lohnt sich der Weg hierhin eigentlich schon gar nicht. So, ich weiß nicht, was hier rechts. Da ist noch so ein komischer Kedürfel recht. Hier, wo es abgeht. Oh, ein Chocobo. Ja, dann direkt hier wieder Gizarkraut. Chocobo gefangen. Juhu. Das Schöne ist ja auch, dass die Chocobos, äh, achso, hier geht es ja nicht weiter. Hier ist irgendwas eingestürzt. Ähm, dass die Chocobos jetzt nicht mehr sofort wegrennen. Ja, ein Chocobo. Chocobo. Chocobo, kick. Okay, er ist weg. Wir fangen einfach mal auf den Chocobo. Ich weiß zwar nicht, was sie in den Donnersteppe machen, aber egal. Ich tue einfach mal so, als wüsste ich das. Die Dinger aus dem P. kann ruhig verbraten werden. Oh, das ist ein Armitz. Das ist ein bisschen verbringend. Ich tue einfach mal auf den P. kann. Ich tue einfach mal auf den P. kann. Ich tue einfach mal auf den P. kann. Und damit sie Schlaftanz erlernst. Das geht ja hier wie geschnitten Brot. So, Karneval-Tanz als neue, äh, als neue Fähigkeit. HP-Werder-Truppe werden verdoppelt. Uh, ja, hallo. Und wir können hier die Hymne leeren. Steigert Eingriffskraft der Truppe. Ähm. Ja, Karneval-Tanz finde ich aber auch nice. Den will ich erstmal haben. So, hier noch eine Perlenkette. Was kann die Schönes? Verhindert 0 XP. Erst rein, speichern wir gleich noch. Ich suche hier Ronsos. Sind hier welche vorbeigekommen? Also, kleine Ronsos, noch Kinder. Einkaufen. Ne, brauche ich nicht. So, das ist nichts Spannendes. Also, wir kommen natürlich immer näher an den Berg der Gazette wieder dran. Dann können die ja nicht so weit gekommen sein. Kronen-Granaten. Ach, er wieder. Ach, er wieder. Naja, Moon. Er kommt nicht mal mehr zum Angreifen. Bringt aber verhältnismäßig auch nicht mehr ganz so viele Erfahrungspunkte für uns. Der einzige Grund, warum ich hier bisher durchlaufe, sind die Kisten. Wir haben kurz einmal mit Sid gesprochen, der da steht und schmollt. Wie dürfen die eigentlich alles zuerst angreifen? Wie dürfen die eigentlich alles zuerst angreifen? Ach, das geht schon. Gut, jetzt können wir nichts mehr machen. Oh, guck mal. Das ist jetzt in den Oberstflügel gegangen. Da gebe ich noch, glaub mal, Eisra. Weg ist es. Vielleicht hätte ein normales Eis auch gereicht, aber sicher ist sicher. Gibt es nicht mehr. Okay, ist er ohne Kisten? Ey, ey ey, Baby. so wie mir scheint mag der eisbohr nicht so gerne wir haben nur so einen komischen kaktor stein achte ich schon wieder drei von der tanke kann sich auch treffen lassen oder im blinden monster ich bin sogar noch gefreut achso schon tot steigen kann ich aber nichts mehr machen da vorne steht noch eine von hier zu sein oder den blitzer breiter muss ich vorzeigen das ist eine truhe ich habe die natur wechsel entschuldigung man braucht zwar nur vergeben vorgeben mit tasten der reihe nach zu drücken aber das ist doch gewisse ich weiß wenn ich fertig werde achso wir können ihm helfen danke für die hilfe justin der blitzableiter hätte ich das gefühl hätten wir das schon direkt mitmachen können untersucht man die blitzableiter werden tasten angezeigt drücken sie die angezeigten tasten folgen die art der taste und ihre anzeigemethode unterscheidet sich jeweils von turm zu turm das können wir es werden was im reisebedarf wenn ihr die tipps noch dazu wissen wollt kommt mich wieder dort besuchen die hier sind schwer zu justieren warum beginnt ihr nicht mit dem blitzableiter 1 im süden justiermethode in der merkrunde merken sie sich die angezeigten tasten folge in der eingaberunde geben sie die tasten in dieser reihenfolge ein zusätzliches drücken sie das hier ok um mit dem justieren aufzuhören wenn innerhalb einer gewissen zeit keine eingabe folgt ist link der vorgang es war erst hab ich nicht gefunden da oben und x immer das zu finden ist schwierig y und rb x b rb und a das ist nicht zu schwierig unten und y rb a jetzt kommt sogar noch eins mehr y oben rb y oben rb b rechts lb b rechts lb x lb links x lb links wie viel ist denn das? unten y rb y oben y links oben oben unten y rb es hilft mir, wenn ich das ausspreche links rechts unten links oben lb links oben lb rechts lb rechts y rechts rb nein, es war lb verdammt unten rechts y links noch mal justieren nein genug ähm okay, das ist jetzt aber keine mission, das ist einfach nur just for fun ein bisschen an den Tasten hier rum spielen aber ich würde gerne wissen, wie viel das ist also ob man das überhaupt schaffen kann ich habe es ja vorher versehentlich ausgewählt äh abon 훈 ein 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 Ich teleportiere mich mal kurz zum Flugschiff zurück und würde dann gucken, ob wir da in der Donnerstelle noch eine Quest angezeigt bekommen. So, nix überkannt von die Form, ist doch in Ordnung, Donnersteppe, keine Mission, beim Justine Blitzerbleiter zählen, Reaktionsgeschwindigkeit und Erinnerungsvermögen, nur nicht die Fassung verlieren. Wir machen sozusagen mal den ersten, er hätte ja gesagt, der soll leichter sein. Willst du wieder mit der Justine Blitzerbleiter helfen, komm zum Reisebedarf. Justine, geben Sie angezeigten Tasten ein. Das ist echt einfach. So justiert man heutzutage Blitzerbleiter, Freunde. So runtergucken, welche Taste wo ist. Ich kann das nicht merken. B Y X B A B Wie sind das denn? Die Einstellung ist perfekt. Okay, 30 Stück sind das immer. Dann brauche ich aber nicht mehr. Okay, kann ich denn die anderen jetzt auch justieren? Das geht ja. Justine, so eine der drei Tasten, die von oben herabfallen, leuchtet auf. Wenn sie die Bildmitte erreicht, geben Sie die auf welchen Taste ein. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö merken was ich kann nicht überall gleichzeitig hinkommen und werden wahrscheinlich noch schneller werden bei yuna dann war es wieder riku ich habe auch so was ich kann bock tolles kann ich ja ist genau so scheiße wie im ersten teil hier mit den tag blitzen ausweichen das wird im langsamen ist ja schon schon schwer genug ich glaube ich habe alle drei gleichzeitig kommt aber nur zwei augen schlag drehen die sich auch noch in alle richtungen gleichzeitig zu gucken ist das nicht so gut so mag allein musikmacher gesucht tobis angestellte einheit perlo findet nicht die leute die er sucht sollen wir ihm helfen ach so haben wir schon erfahren dass er ausgeschickt worden ist um leute für musik zu suchen dass er hier nahm